Ja, TremaniaStreamer Mark hier, gestern mein bestes gegeben bei dem Track, aber, was war es? Ja, nur Top 33 in Nordrhein-Westfalen, in der Welt 459. Also sehr schlecht, ich kam mit dem Track nicht zurecht, muss ich sagen. Naja, der nächste Track, Neues Glück, würde ich sagen. Okay, ich hänge die Atommedaille wieder hinten dran. Auf geht's. Okay. Ja, also nicht perfekt gefahren, ne? Aber das sollte reichen. Jawohl, das sollte reichen. 34,2. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe. Ja, reicht auf jeden Fall. Ich bin nicht perfekt gefahren. Irgendwie kriege ich den Dirt-Part nicht hin. Man hat ja gesehen, wie der Weltrekord gefahren ist, welche Linie er gefahren ist. Dazwischen den Schildern lang, das ist ja gar nicht mal so einfach. Hab jetzt 40 Minuten gebraucht fast. Ja, Track, ja. Macht ja eigentlich kein Dirt, aber hier die erste Kurve finde ich geil. Ähm, und ja, es hat was, der Track. Hat was. Was schreiben noch hier die Leute? Autorenmedaille ist bei 34,236. Das heißt, da bin ich genau dran. Okay. Okay. Ja, freue mich, dass ich zumindest die Atommedaille jetzt habe. Und dann schaue ich mal, ob da noch was geht. Heute Nacht, heute Abend. Ciao.